Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge LS17 im Multiplayer mit Maurice Hallou. Hallöchen, auch von meiner Seite. Ja, Maurice, boah, hab ich hier schiefgegrubbert, er lebt mich doch mal. Ja, Maurice wird jetzt mal eben kurz den Pickup verkaufen, wenn der 11.000 bringt, weil dann können wir uns noch eine Ladewagen kaufen, dann können wir beim nächsten Mal Stroh einsammeln und das auch direkt lagern oder ich weiß nicht, ob man Stroh verkaufen kann, das müssen wir auch mal testen. Ja, kann man, du kannst Stroh bei allen verkaufen. Ja, gut, dann müsste die Lose Stroh ja auch gehen, dann könnten wir es ja durch aufsammeln und aufverkaufen. Das bringt ja dann durch auch Geld. Hauf ich. Für dich. Ich muss mir gleich mal sagen, was der Pickup gebracht hat, weil wir müssen ein bisschen aufschreiben, weil das bringt ja aktuell nicht ganz so viel mit Synchronisation des Geldes. Ja, also, also auch jetzt hier eine Schnappelhege. Ich muss mir gleich mal sagen, was der Pickup gebracht hat. 12.416 Euro. Ja, dann verkauf den. Und kauf dafür den kleinsten Ladewagen und hol den dann schon mal ab. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir noch ein Patch haben. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert. 3, 4? Ja, es gab einige, ja. Aber so viele waren das nicht. Also wie genau, welche jetzt genau, wann wie, keine Ahnung. Das kann ich dir aus dem Sensor nicht sagen. Was müssten doch so 3, 4 auf jeden Fall gewesen sein? Ja, das kann passen. Allzu viel aber auch nicht mehr. Na ja, kann schon in Richtung gehen, ja. Vor allem die Social Red Forms mal einmal abchecken. Was musst du machen? Die Sozialen Medien einmal abchecken. Hast du den Ladewagen schon gekauft? Nein, das werde ich aber jetzt tun. Das gab es aber nicht. Boah, Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Halle? Ich muss in, äh, ist da, da, Ladewagen. Den kleinsten. 33, da ist er. Den müsste man so gerade leisten können. Man kann es ja auch mieten, mieten, ja. Oder wir sagen, den mieten wir uns dann einfach. Ja. Ja gut, ich glaube, das bringt es am Anfang jetzt erstmal mehr, oder? Ja, mieten. Dann würde ich sagen, dass das Geld jetzt erstmal ein bisschen sparen. Uh, was ist jetzt los? Ich habe Standbild. Uh. Ja, ja, ich habe gerade gemietet. Ja gut, treutisch hätten wir jetzt nicht mieten brauchen. Wir haben aktuell nichts. Das dauert ja noch, bis wir noch spulen und so. Treutisch kannst du ja erstmal hier verkaufen. Weil treutisch, wir können uns den ja aktuell zwar leisten, aber den brauchen wir jetzt erstmal ja nicht. Weil wir müssen ja vorspulen, das kostet ja pro Stunde. Naja. Das heißt, wenn wir geerntet haben, dann mieten wir uns den halt einfach. Ist der, frage, ist der Helfer wirklich schlauer geworden oder tut der nicht? Oh, wir haben Fahrzeugunterstand, die können wir mal verkaufen. Nein, dann steht nur den ganzen Schlepper gleich unten. Nix. Naja. Dort zurückgegeben. Dann kommen wir wieder zu. Abchecken. Ja, kannst du ja einfach, ob irgendwas Neues gab. So. Ah, Battlefield, LS. Ah, GTA. Schön. Kannst dir ja gleich angucken. Wir sind ja bald alt. Fass durch. Ja, ich sag nur. Aber wir werden doch pünktlich fertig. Also ich komme doch heute an, pünktlich zu besprechen, denke ich. Ich denke, wir müssten so, ja... Okay, irgendwas haben die mehr mit dem Konto und dem Kack-Fahrzeug da. Oh, das hört sich nicht so beraten. Naja, es wird aber mal lustig, weil immer alle... Es nicht so hinbekommen, wie es sollte. So, heute Nacht soll man... Wurde es immer mal ein Backup machen. Manchmal kann ich morgen mal Handy mitnehmen, mein neues... Ja, dann fertig. Du weißt aber auch, dass du es auch selbst einrichten. Du kannst auch selbst sagen, jetzt Backup ziehen. Nein, dann braucht er doch zwei Stunden. Dann rödel dir doch zwei Stunden. Das ist doch die Scheiße. Ja, weil wenn es das macht, dann nachts nicht? Nein, aber mir sagt er, um zwei Uhr werden die Backup gezogen. Ich habe das, keine Ahnung, in der ganzen Hitschleute durchlaufen lassen, dann hat er nicht ein Prozent irgendwie geschafft. Das ist so, was man da machen kann. Von wann ist denn das letzte Backup? Was soll das denn? 30. Juni, 22 Uhr oder 21. 24. Kannst du denn irgendwo den Einstellungen gucken, wann der Backup wieder zieht? Also Einstellungen, Chat, Chat Backup. Der rödelt immer noch. Bereite Google Drive Backup vor. Das steht schon seit keiner anderen. Hast du Google Drive bei dir auf dem Handy? Als App? Kann sein, muss ich gucken. Maurice hat nämlich ein neues Handy von dir, die es nicht wissen. Ja, doch, natürlich. Im Unboxing habe ich es ja gesagt. Kann ja sein, dass einer das Unboxing nicht geschaut hat. So, ich weiß nicht. Nee, äh, wer heißt das nochmal? Google Drive. Ja, Google Drive. Da speichert der nicht auf Google Drive, oder? Oder du musst, du sagst, nee, da speichert der nicht auf dem Handy. Die Chats müsste der nicht auf dem Handy speichern, oder? Oh, weiß ich gar nicht, ey. Ja, guck nicht. Google Drive. Google Drive. Google Drive. Google Drive installiert. Kann sein, dass es da dran liegt, dass der das bekommen kann. Na, das kann natürlich sein, da hast du recht. Weil der rödelt schon noch rödelt und wird nicht fennig. Na gut, und wer nicht tat, wo du das hinschieben können, dann rödelt der und rödelt nicht. Weil ich werde mal den jetzt mal morgen mit nicht, werde ich mal hier lassen. Wer nicht immer zwei nichts mitnehmen, oder? Kannst du schon, sollten nur... Dämlich? Naja, fast die Hälfte geschafft. Ach so, du bist schon dabei am Daumenloven. Dann müsstest du mal gucken, ob ich... Nein, also nicht, dass ich mal jetzt mit dem Feld hier halt fennig. Ach so. Weil du fragen, wie weit bist du auch gut, ne? Ich arbeite dran, weil fliege, im Groben geht halt nicht ganz so schnell. Google Drive öffnen, so. Ich muss mich mal anmelden, da mit meiner E-Mail. Nimm nicht unsere vom Kanal, einmal doch mal eine E-Mail auf. Hä, weiß ich auch, weil darüber ja dann nicht das Gespräch hebt wird. Geht ja überhaupt mal ein Private nicht, geht halt überhaupt so. Wir wüssten eigentlich mal unseren YouTube-Kanal auf unserer E-Mail legen. Und auf unsere Dings-Mail kommen so viel Scheiße aktuell. Vielleicht wird er vielleicht auf Dauer noch mal eine neue E-Mail anlegen müssen. Korrekt. Und dann wirklich nur der Kanal drauf läuft. Ja, so, zack. Weil das geht mir vielleicht auf Dauer noch so zack, ey. So. Wollen wir mal WhatsApp schließen, alles hier schließen. So. Jetzt aber, Kollege. Einstellungen. Ach, ich hab... Ach, Kindersehen. Läuft ja wieder optimal. So, jetzt... Äh, äh, erstelle ein lokales Backup. Backups werden um 2 Uhr erstellt. Aber mal, bis heute die lokale Fähigkeit von Inzaland, endlich! Ich wundere mich für immer noch mit der Tatsatur, aber noch am gleichen Tag. Also jetzt nicht, dass ich euch wundere, oder so. Also, die Lenkratzer, da kommt alles, aber jetzt hab ich... Heute können wir starten. Ja, genau, später. Dann versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Das war unser AB. Bitte versuchen Sie es nur um. Ich hab hier vielleicht schiefgekommen, aber der leckt mich doch nicht. Der rödet immer noch, ey? Könnte sein, dass du ein Handy mal neu starten musst, dass du es mal im Abricht und dann mal versucht. Na, hab ich mir ja schon überlegt. Ja, aber es gibt ja auch so eine Sache. Weil du garst Backup, dann ist es mir wurscht. Ich will es ja auch bei Google Drive gespeichert haben. Am 30. Juni 20.44. Ich kann ja... Also, die ganzen Nachrichten haben wir zu viel alle weggegeben. Das ist ein bisschen schade. Äh, unter welchen Einstellungen liegt das? Also, äh, Einstellungen, äh, Shads und dann Shad Backup. Und dann Shad Backup. Wo ich sah, der G-Map. Am 15. Oktober hat das letzte bei mir gemacht. Also, vor ein paar Wochen. So, ich stelle jetzt einfach mal ein Handy mal neu. Dann soll es hoffentlich funktionieren. Nein, du... Äh, fast wieder ganz weggefunden. Was, du da? Ähm, versuch. Also, äh, sehst du dann gleich da dein Feld? Ja, denke ich mal. Alles mit Weizen oder was hast du jetzt gemacht? Äh, ich hab jetzt, äh... Weizen? Ich sehe es Gott nicht. Naja, auf jeden Fall wird es kein Mais werden. Dann hoffentlich. Keiner, was ich hier angesäht hab. Was? Weil ich werde nicht schließlich weiß, ob man das in der Mitte, dass das ist. Ob Weizen. Wenn das in der Mitte Weizen gleich ist, dann... Dann hab ich's richtig gemacht. Boah, in die Neue gestartet. Also, wenn ich da draufgehe, kann ich auf sichern drücken. Und dann fängt er sofort an, bei mir zu arbeiten. Ja, bei mir rötet er, dann geht er der erst noch mal durch. Na, mein... Nur, ich will das nicht jetzt machen, dann stürzt er gleich alles ab, weil er es ja dann irgendwo hochlädt und bei meinen Hinterleitungen dauert das Einzelkönchen. Aber 15. Oktober, ob 3 oder 26 hat dann ein Backup gemacht von 260 MB. Äh, bei mir sagt er 735 MB. Na gut, plus nochmal auf 500 MB, die ich aktuell auf den Facebook-Server liegen habe. Weil WhatsApp-Görte Facebook, wenn er das noch nicht weiß. Weil da liegt er noch ein bisschen los. Komm, meistens auf 700 bis 8 MB. Nur für WhatsApp. Ja, äh, müssen wir mal einen Moment rödeln. Dann probiere ich mal ein Vice-Sims-City. Ach, du spielst das ja auch, oder? Ja, ich hab's mal aufs Handy gezogen. Ich hätt' das mal auf dem Tablet gehabt. So, da hab' dann mit Level 13 und hab' mich 50.000 Einwohner. Oder wie viel hab' ich muss mal im Kuchen. Ich kann dann kurz mal... Ich hab's nämlich auch auf dem Tablet mal wieder. Ich hab's ja eine ganze Zeit lang im Handy gespielt. Ja, ja, ich hab's das auch auf dem Tablet gehabt. Dann hab' mir vorhin der Gedanke angefangen, dass du mal auf einem neuen... Ich weiß gar nicht, wie weit ich da bin. Ich lade mal grad den Spielstand so daneben bei. Also, ich bin aber Level 13 bin ich. Das weiß ich noch vom Netzen genau. Level 13, 60.000 Einwohner. Möchtest du wissen, wieviel ich hab'? Ja. Ich habe aktuell 144.000 Bewohner. Level 24 und hab' 16.000 aufgekommen. Und 119 diese Dingsbums-Money da. Plus dazu kommen dann noch... neunmal Goldschlüssel und einmal diesen blauen Schlüssel. Dafür doch immer gut ist. Ich kann im Aufnahmefenster spielen so flüssig... ich hab' das grad' auf meinem zweiten Bildschirm... ey... voll geil... voll geil... Ich will nachher die Nägel haben... Ich will nachher die Nägel haben... Aber ich möchte den nochmal machen... Scheiß... Mit Eisen... Überblick verloren da... Mit Eisen und der Dingsbumschmied, wie sich der Karm auch nennt... So, ich bin fertig... Ich glaub' das ja nicht... Komm' ich immer mal bei dir vorbei... bevor ich meine Seilmaschinen anhänge... Ja, aber wird was langsamer... Ja... Die Textur ändert sich aber nur ganz normal... Ja, ja, da hab' ich... Deswegen sagte ich ja... Das ist... Oh, Junge ey... Das braucht immer noch so... Das kann man nicht wahr sein... Bereite Google Drive Backup vor... Ja... Mach's doch, du einfach... Aber du darfst abmodernen... Ja, das wars auch mit der nächsten Folge... Vom LL7... Projekt... Wenn euch die Folge gefallen... Gebt euch auf jeden Fall einen Daumen nach oben... Abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns... In der nächsten Folge wieder... Bis dann... Ciao, ciao... Und bye, bye... Tschüss...